Wo waren die nächsten Wutblöcke? Da ja. An der Insel. Oh, Mann. Du Kacksack. Du wirst die aufheben. Oh, wirklich? Mein Gott. Hauen wir uns jetzt endlich. Das sieht echt fies aus. Na gut. Geht ihm das nicht? Spiegel, oder? Ich hab fast Angst bekommen. Geht ihm das nicht? Geht ihm das nicht? Hm? Geht ihm das nicht? Geht ihm das nicht? Vielen Dank.